Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Ivana Trump auf Golfplatz beerdigt, um Steuern zu sparen? Ist Donald Trump nicht mal der Tod heilig? Gegen den ehemaligen US-Präsidenten sind schlimme Vorwürfe laut geworden. Der 76-Jährige habe seine erste Frau Ivana, 73, auf seinem Golfplatz beerdigen lassen, um Steuern zu sparen. Das behauptet Brooke Harrington, Professorin für Soziologie und selbsternannte Steuerdetektivien. Sie schrieb bei Twitter, zunächst sei sie skeptisch gewesen, dass Trump seine Ex-Frau auf diesem kleinen Stückchen Dreck beerdigt habe, nur um den Fiskus zu umgehen. Also habe ich mir die Steuerordnung von New Jersey angesehen, und Leute. Es ist ein Hattrick der Steuervermeidung. Grund, Lohn- und Umsatzsteuer, alles eliminiert. Trumps Trick soll völlig legal sein. Grundstücke, die in dem US-Bundesstaat als Friedhöfe genutzt werden, würden je nach Größe anteilig bis ganz von genannten Steuern befreit. Unabhängig davon, wie viele Personen dort begraben seien. Phoebe Wall-Howard von USA Today twitterte, das Grab von Ivana Trump im Golfclub bringt wahrscheinlich eine enorme Steuervergünstigung. Bereits 2017 hatte die Washington Post berichtet, der Republikaner habe das Anwesen als seine letzte Ruhestätte auserkoren. Es sei sein Lieblingseigentum. Schon damals zahlte Trump bereits weniger Steuern für den Golfplatz, weil er ihn als Ackerland klassifizieren ließ. Zu diesem Zweck lebte eine Ziegenherde auf dem Gelände. Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.